Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Opening auf meinem Kanal Rabbids Openings und zwar heute mit Final Fantasy. Das ist nicht mein erstes Opening, sondern mein zweites schon. Am Hauptkanal, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das auch schon mal geöffnet, aber nicht dieses Set, sondern das, ich glaube das allererste. Und das ist, glaube ich, das zweite Schlagmethode, ich weiß es nicht. So oder so, wir haben diese Booster, also ich und Deiner, moin Deiner. Hi. Wir haben diese Booster entweder 2018 oder 2019 auf der Gamescom, wenn wir euch gekauft. Das seht ihr auf meinem Hauptkanal, BlackRabid, bei den Gamescom-Einkäufen-Videos, da drin sind die mit dabei. Die waren arschspielig, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 50 Cent oder einen Euro pro Booster. Und die kosten eigentlich so um die drei Euro, also war ganz okay. Und da ich und Deiner jetzt aber nicht alle Charaktere kennen und auch natürlich Evert nicht alle kennen wird, aber moin Evert, oder? Moin. Er ist unser Fachpersonal für Final Fantasy heute. Ja, aber alles kenne ich nicht. Ich kenne vieles auch nicht. Ich auch nicht. Es ist zum Beispiel eine Karte drin, die ich kenne, und zwar Yuna. Das wird jetzt nicht so schwer sein, sie zu erkennen. Ja. Es gibt da schon spezielle Karten, zum Beispiel Legend zum Beispiel, die hört sich ziemlich krass an, die wollen wir haben auf jeden Fall. Premium, ich weiß nicht, warum es da so viele gibt, ich weiß jetzt nicht genau, das bin ich ein bisschen verwirrend hier. Aber ich bin immer mal gespannt und ja, Made in Singapur, also wenn man halten soll, ist natürlich echt von Square Enix, ne? Also schon ein offizielles Produkt, kann man sogar auf Kartmarke kaufen, lol. Sind da teure Karten drin? Es geht so. Manche Karten sind wirklich ein paar Euro wert, aber ob die jemals verkauft, ist halt eine andere Frage, ne? Falls du da draußen Final Fantasy Sammler bist, hau mir gerne mal in die Kommentare, ob du es aktiv noch immer sammelst. Es gibt ja noch neue Displays, nämlich noch immer davon. Also es ist mich noch ein aktuelles Trading Card Game, aber es hat Geschmackssache, ne? Ob man die Karten... Aber die Rückseite, also der Kartenrücken in schwarz sieht schon edel aus, abgesehen davon, dass er jetzt schmutzig aussieht. Ja. Das war aber auch mein erster Gedanke, also echt edel, rau, rau, und das in der Mitte, ihr seht, das Final Fantasy Logo ist so ein bisschen holo. Erhaben, oder? Ist ganz cool, ist ganz cool. Ja, ein bisschen, ja, ja, könnt ihr draufgedruckt sein, ja. Ja, aber ich wollte nur sagen, also es sieht auf jeden Fall edel aus. Aber ich glaube, das sieht gleich aus wie beim ersten Boosters, mal geöffnet am Hauptkanal. Ich werde das Video mal verlinken auf der Endcard. Ähm, okay, wir gehen rein mit Kiros, noch nie gehört. Kennt man den? Ne, kennt man den? Ne, oder? Also ich kenn ihn tatsächlich nicht. Ich kenn Kiros. Ich glaub, der ist auch Final Fantasy VIII, aber... Das hab ich das gespielt. Könnte sein. Ist das vielleicht, ne? Oh ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Mhm, ist feiner, weil er sagt, seht ihr Experte, ne? Gut, Evador. Ein Krieger. Da haben wir hier ein Barre denn aus XIV, keine Ahnung, was war die XIV-Nummer? Das ist, genau, das ist das Online-Spiel und das Bade ist halt die Klasse, die Bogenschützen-Klasse dort. Hätte ich nicht gedacht, dass da sogar das Online-Spiel dabei ist in dem Set. Krass, krass. Ich hab's ehrlich gesagt gehofft. Sehr schön. Pinkelspray, Pinkelspray-Rasten halt nochmal. Da haben wir den Weißen Magier, auch aus dem Online-Spiel? Ah, okay. Genau, die Heilerin. Also wir haben die Klassen, ja. Was ist denn DFF, lol? Sterbliches Phantom. Ich denke, das ist einfach so das Random ist wahrscheinlich, ne? Also das kenne ich tatsächlich nicht. Ne, ich denke das nicht so Random-mäßig. Hauptmögliche, sag ich so. Dann haben wir Karfunkel. Ich möcht's glücklich knuddeln. Ja, es liegt sogar da, du kannst ihn im Bauch streicheln. Das sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Ich will aber, dass es glücklich ist. Aber ich kenne den Namen. Ich kenne den Namen. Und ich kenne das Vieh irgendwoher. Ich kann es nicht mal genau zuhören. Ich weiß auch nicht, was FFT war. Aber ich kenne das Vieh irgendwie. Ich kenne das. Kennst du das jemand? Karfunkel, also in dieser Form kenne ich es nicht. Ich kenne es noch in anderer Form. Gibt es auch als so kleines, lauschiges Tierchen. Das heißt auch, Karfunkel leuchtet gerne. Das wird von dem abhängen dann wahrscheinlich. Stopp, 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 stopp. Aber guck mal, FFT und unten steht auch Final Fantasy Tactics. Hat das was damit zu tun? Wo steht Tactics? Ja, das wird es dann sein. Ja, ja. Das ist das Handy-Spieler. Alles klar. Noll. Analysiert. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Ein Beschwörer aus... Ist das echt 3? Stehst du da unten dabei da? Ja, lol, wirklich. Nintendo DS sogar. Lol, das ist cool. Das ist aber cool gemacht. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist immer halt, wie es muss... Oh, eine Glitzerkarte. Oh mein Gott. Ziehen wir hier was krasses? Ich weiß das eigentlich nicht, ne? Oh, das kommt erst, lol. Das ist echt arg klitzrig aus. Erstmal der verlorene Reisender. Das ist hier, lol. Das ist hier, die ist hier. Achso, das ist das neuere Spiel, okay. Und wir haben jetzt hier einen Hardcore-Funkler. Ui, die kennt sogar ich. Es ist Yvrid. Nice. Oh, der ist cool. Der ist echt cool. Ist der Strich unten links eine Beschädigung? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Nee, ein Fussel. Oh. Oh, okay. Oh, der ist cool. Aus Final Fantasy 13. Was? Was? Nein. Ne? Acht. Ja. Doch, ein V. Ja, stimmt. Ein V. Ja, ich habe ein X gesehen. Warum auch immer? Aber den gibt es ja überall. Also, Yvrid ist ja überall dabei. Der ist in jedem Spiel eigentlich dabei. Ich glaube, ich auch im 9-16er, glaube ich sogar. War Yvrid, glaube ich auch. Ist egal. Oh, jetzt sogar der X. Jetzt sehe ich es erst. Oh, hey. Hey, das ist ein guter Pool. Fühle ich schon mal. Stell mal hinten hin. Oh, den kennen wir doch auch. Den kennen wir doch auch. Den kennen wir auch. Habe ich nie mögen, aber ja, ist okay. Also, was ich an ihn aber sehr gerne mochte, er hat da oben in seiner Frisur immer ein kleines Schlockobuch. Richtig. Da drin ist ein Vogel. Deiner ist das echtes Vogelnisse. Sehr brav. Den kenne ich aber auch. Das ist jetzt nicht schwer gewesen. Rüdia. Kann ich gar nicht. Kenn ich weiter auch nicht. Aber auch eine iX. Ist das ein gutes Zeigen? Ich weiß gar nicht. Alter, ja, es gibt noch nicht Karten. Die haben einen Wert und so weiter. Oh, das ist auch ja fern, wenn es hier acht. Zu viel acht, ne? Aber ich kann euch den Wert nicht bei der Karte sagen. Und, uh. Die sieht nämlich schön aus. Warum hat die jetzt nochmal so einen Hintergrund? Das hatten die anderen nicht. Nö, hatten sie nicht. Das wird wahrscheinlich eine Rare sein oder so. Ich weiß nicht, wo man das erkennen soll. Ne Haar. Ne Haar. Was war jetzt Haar? Ne Haar. Ich habe keine Ahnung. Hero. Hero, ja! Und was bist du jetzt gewesen? Bist du eine Legend? Stehen wir mal dabei. A C? Was? Ne Karrant? Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz? Okay. Wie auch immer. Ja, wir haben einfach einen Hero. I said. Aus Final Fantasy. 12. Oder? X? 2? Ist 12, oder? Ja, ja. Das war ich immer. Habe ich nicht gespielt. Ich zum Großteil. Schöne Story. Ich bin mit einem Kampfsystem nicht so ganz zurechtgekommen. Aber was ich immer interessant finde an den Sits, es gibt ja in jedem Final Fantasy ein Sits. Das stimmt. Immer mit reichen Variationen manchmal. Das stimmt. Das ist 12. Habe ich, glaube ich, doch am Switch gespielt. Stimmt. Das Sits gibt es überall. Stimmt, ja. Aber 12 hat gleich am Switch gespielt. Genau. Es gab eine Neuauflage auf das Switch. Ronny. Es ist Ronny. Aber es ist 12. Ah, ist das süß. Ein Mogri. Wir lernen noch was. Also anders aus. Schwarz. Geil. Deine Wiese wird sind. Genau. Eine schöne magische Klasse. Ja, das sieht auch echt cool aus. Also der verdient das Schwarz auch deiner, oder? Der ist cool. Hm. Der, der gefällt mir. Nono, lol! Der heißt Nono. Nono. Wir sagen halt, ich und deiner sagen immer Nono bei Nein, vor allem deiner halt. Ich habe schon angenommen. Der heißt einfach Nono. Muss ich deiner schenken, stell mir hinten hin. Der fiktive Champion, den kennen wir alle, aber der fiktive Champion. Okay. Dann hatte ich wahrscheinlich doch, wir hatten ja vorher den Phantom-Klief. Und der hat mich von einem Charakter erinnert. Und dann war das wahrscheinlich der Vater von Altidus aus dem zehnten Teil. Dann war das echt ein Charakter aus einem Final Fantasy. Das kann sein. Ein Waldläufer, ein Mensch, wieder eine Klasse. Dann haben wir auch ein Wikinger. Also in Dreier sind anscheinend auch viele von diesen Klassen, ne? Und dann haben wir... Oh, Nennart. Unbeständiger Löwe. Auch einer dieser komischen, ich muss sagen, diese Kristallmenschen, was auch immer das sein soll. Auch aus Distir. Aber schön, schön. Das wird nicht kommen. Ifrit ist besser. Oh, den macht den. Ich nicht. Ne, ich habe mich wieder redet. Ne, macht den. Der ist knuffig. Der hat kleine Weiße. Den will man auch streicheln. Ne. Aber ich habe Angst, dass der Muten-Rosch ist. Ja, ich dachte auch. Dann haben wir Agrias aus Final Fantasy Tactics. Das ist mal ein schöneres Abweg mit Hintergrund und so weiter. Nicht mehr so. Das hat mir nämlich nicht so gefallen, diesen Final Fantasy Karten damals beim ersten Obling, dass der Hintergrund immer so weiß ist. Zu dezent, ne? Das hier finde ich gerade viel, viel schöner. Viel, viel schöner. Ja, genau. Und da haben wir noch, uh, noch ein SID. Natürlich. Wir brauchen mehr SID. Neu. Wir brauchen mehr SID. Ah, ich würde so gerne einen Juna ziehen oder so. Und das Final Fantasy 10. Ah, ich hätte so Bock dran. Ah, Jun. Ja, das wäre echt cool. Und den kenne ich auch. Aus Final Fantasy 12. Ja, den kenne ich auch. Den gab es tatsächlich auch in ähnlicher Form in Final Fantasy 14. Das glaube ich, dass auch ein sehr viel gibt. Das glaube ich, dass die Leute da reinkommen. Redas. Den kenne ich gerade nicht mehr zum Bad Bruder. Oh, der ist cool. Das ist ein Digimon. Ich muss gerade auch dran denken. Es hat wirklich Ähnlichkeit mit einem Digimon. Das ist auch mit einem EX und einer Beschwerung. Das ist ein echtes Ding, ja. Neu. Geil. Mumbai. Mumbai war da. Ah, Chocobo. Chocobo. Ja, neu. Den müssen wir lieber da beiseite legen. Chocobo. Ja, ihr habt ja meine Videos dabei, staubt hier mal was ab, Leute. Schwarzmagier, ja, das sind auch so Klassener im Dreier auf jeden Fall, ja. Habe ich nie gespielt, das Dreier leider. Bin ich ehrlich, habe ich nie gespielt. Ninja, ja, das sind so Klassener. Ist schon wieder ein SID, ne? Wie jemand da sagte, überall ist ein SID dabei. Dann haben wir hier, uh, endlich mal eine Rare auf diesem Holo-Slot. Es war sehr dunkles Holo, ihr kennt es wahrscheinlich kaum, ne? Es ist sehr, sehr dunkel. Oh, ich finde, man sieht es eigentlich recht gut im richtigen Winkel. Aber es ist geil, das ist endlich mal eine gute, gute Holo. Aber hier war das jetzt, ich gerade. Nee. Hm. Ja, ich habe es auch da im Holo drin. Oder es gehört auch zum Arztwerk. Oh, hier rechts unten auch. Ja, das gehört auch nicht zum Arztwerk. Ja. So ein Schleier, ne? Links oben. Das müsste man halt jetzt ohne Holo sehen, dann weiß man erst, was ich da hinten ist. Sieben Bocken und Karten aufzug. Ja. Aber es ist okay. Okay, endlich mal eine Rare-Karte. Oh Gott. Selfie. Die sind lustig. Die Frisur, Mann. Der Edge. Macht knuffig. Und? Kein Name aussprechen. Christis. Christis. Oh, Christis. Jetzt hätte ich auch gesagt. Die Ausbilderin. Und? Ich würde sagen, Levi steht da. Erwigen. 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 Gibt's vielleicht von den Kartenspiel schwarz-weiß, aber die sind leider nicht schön, die Karten. Ein Krieger, wieder aus 14, oder? Ist das 14? Genau. Genau, eine Tank-Klasse. Eine Tank-Klasse. Und ein Paladin gleich dazu. Mein ehemaliger Main. Haben Sie alle Klassen gezogen, oder was? Nee, noch nicht. Ein Zyklo, wieder eine Beschwörung, eine EX. Okay. Ja, wieder ein Mokri. Oh, süß. Ist schon putzig. Ja, mit Blümelen. Blümelen. Aber nichts geht über Nonno, bisher. Nonno. Noch mal ein Sterblicher, den kennen wir auch. Also, das ist immer so komische, ja. So Kristallfiguren, ne? Ah, ganz komisch. Oh. Mond Blanc. Aber guck mal, wer die Arme verschränkt hat. Also der, der ist angepisst. Der ist angepisst. Der mag nimmer. Oh, jetzt haben wir den gezogen, hier in, äh, nicht Holo. Jetzt sieht man mal den Vergleich. Ah Gott. Wah. Das ist ein krasser Unterschied, würde ich mal sagen. Also, das ist ein bisschen übertrieben. Genau so sehen aber auch die heutzutage die Pokémon-Karten aus, ne? Die, ähm, Secret Dress. Ein bisschen zu übertrieben, ne? Oh, der ist cool. Der ist cool. Ja. Also, okay. Es ist nicht sehr aufreizend positioniert, muss ich sagen. Ja, Mann, nein. Ne, da ist halt warm in der Wüste, Alter. Das ist ein Luftpirat. Na, der ist cool, den nehme ich mit. Den nehme ich gerne mit. Ohi. Was? Einiger. Okay, das sind cool. Hm, naja. Das ist aber nicht so. Den gab's auch, äh, als Boss, als Final Fantasy. Hm, ich wollte mir auch nicht. Also, Online-Meißer, ne? Ja, genau. Der Richter. Das ist auch cool. Mäkai, der Dragoon. Oh, geiler, geiler Klasse. Ja, die ist echt cool. Die gibt's auch als Klasse in Final Fantasy Online. Geil. Und, ui, bisschen schön zu sagen, muss man sagen. Ah, Mann. Ui. Also, daher ist am meisten im Hintergrund halt los, ne? Das finde ich, das fühle ich schon viel, viel mehr. Ja, schön. Das ist ein Boss dort, oder wie? Ähm, das ist tatsächlich eher, sagt, mir jetzt gerade nicht. Also, er ist nicht so ein Gedächtnis geblieben. Hm, okay, leider ist ein cooler. Aber, ey, schönes Armbach. Schönes Armbach, ne? Ja. Nehme ich mit. Aber wir haben noch keine Legend-Karte gezogen. Ey, wir sind der Legend. Ich denke auch, dass die Legend die einzig wertvollen sind. Die Karte noch drin. Okay, dann haben wir jetzt hier ein Cypher. Dann nennen, Maschinist. Ist das auch nicht Klasse? Das ist auch nicht Klasse? Ja, das ist auch mal eine Klasse. Das ist auch eine Klasse, das ist auch meine Main-Klasse, tatsächlich. LOL. Maschinist. Wieder eine weiße Magie, hatten wir schon. Rosa, das ist ein Prozess in Peach. LOL. Ja. Ein bisschen, ja. LOL. Knuffig. Da bist du schon mehr Hörer. Ja, bald haben wir alle Klassen aus der dritten Generation. Ui. Der nichtige Sensen, Mann. Ja? Wo ist die Sensen, nämlich? Was soll das? Der kann nur nichtig sein. Oh, noch mehr Mogris. Ich habe bald alle Mogris. Hardy. Es ist sehr Hardy. Ui. Ja, das ist ein schöner. Kristall. Nichtiger Pirat. Oh, nehmen wir mit. Haut mir jetzt nicht so. Den hat man schon. Ja, hat man schon. Luftpirat. Oh, fühle ich. Fühle ich gerade hart. Also nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Was? Vanille. Ja, aber guck mal. Ich meine, wir sind 13. Ich finde den Namen nur gerade lustig. Du hast 13, oder? Du hast 13. Ja. Das war ein geiles Spiel. Also 13, 13, 2 und 13, 3 habe ich sehr, sehr gefallen. Das ist wirklich eine schöne Karte für mich. Die behalte ich gerne ab in den Ordner. Die ist echt schön. Da habe ich noch Erinnerungen zum Game wenigstens. Ich habe nicht alle Feierfennsteile gespielt. Nur 10, 13, alle 3 und 15. Also da habe ich einen Bezug dazu wenigstens. Die ist cool. Die ist cool. Ja, mag ich. Leider keine Juna, aber ich nehme sie trotzdem mit. Wer ist der Richter? Und Palom. Naja. Naja. Wir machen weiter. Aber ist es. Was ist die jetzt? Ist das jetzt eine Legend oder so? Vielleicht sogar? Ne, ist eine Real. Ah! Ein Choco-Boch-Boch-Blick auf jeden Fall. Ja. Alles wird der Mann um. Ja. Und wenn ihr Charakter kennt, ist natürlich noch cooler, ihn zu ziehen. Ein Ninja. Wieder eine Klasse. Haben wir bei allen Eber da? Äh, fast. Ja, mein Gott, ey. Ifrit, normal. Also wirklich, das ist echt nur eine Kammern. Aber ich finde trotzdem, als, äh, dieser Hohle-Effekt, finde ich es cool. Paladin hat man schon. Nichtsicher Pirat hat man schon. Kapu-Unkeli hat man schon. Finde ich aber cool. Der flüchtige Blitz. Das ist, äh, nein, ich habe vergessen. Lightning. Ja. Das ist ein flüchtiger Blitz, ne? Macht Sinn. Der Weißer. Oh, ey, der Barde. Oh, ey. Schöne, ich mag die Frau halt auch, ne? Wie sie da abgebildet ist. Spielst du oder deine Freundin diese Klasse? Äh, tatsächlich nicht, ne. Okay, dann kriegst du nicht. So, eine Fangfrage. Grüß dich. Servuschen. Bischöwörer, okay, kenne ich auch nicht. Chalua, kenne ich auch nicht. Will ich aber gerne kennenlernen? Das ist ein cooler Charakter, glaube ich. Ähm. Leder bei einer, Leder. Sie, sie erinnert mich echt an C21. Bisschen, ein bisschen, ja. Wissenschaftler passt auch, ne? Kann man auf jeden Fall vorher, weil es ist sie, aber cool, ja, stimmt, ja. Die will ich eigentlich gleich, das ist okay. Wie, ein bisschen, so sagen, episch, ein bisschen. Hätte ich auch gerne einen Hohle davon. So eine Rare, okay. Dahinter haben wir, uh, auch wieder so eine schöne Fullart, nämlich sie mal. Kaiser, wie, auch wieder aus Online-Everda? Mhm. Ja. Kennst du den Reichsgründer Xander? Ja, den kenne ich, der ist, äh, Teil eines Raids. Ah, ein Rare. Ah, ein Rare. Hat eine schöne Geschichte zum, äh, zum Reich von Xander. War eine länge Geschichte, ist ein Untergang des Reich. Das ist noch. Oh, sorry. Klingt cool, klingt cool. Ja, 14 ist sicher auch cool, aber man muss so Zeit reinballern. Der Harlekin. Nochmal waren, der Luftpirat. Oh, ein Zeitmagier. Wieder aus Technik. Naja. Naja. Du sagst deiner. Hat das von der Vase oder der Kerze auch ein bisschen. Oh, ich find's irgendwie schon putzig. Sieht aus wie so eine kleine Puppe. Ja, putzig schon, auf jeden Fall. Ja, noch ein Morgry. Wir brauchen mehr Morgrys. Nochmal der Träumer, Barschan, der Dragoon. Ein anderer Dragoon diesmal. Das ist die Klasse jetzt für mich. Ja, das ist die Klasse, genau. Der ist echt cool. Ja, der hat mich bei der Klasse. Noll. Und so weitergeht. Der Wikinger. Und... Äh. Hm. Naja. Ich sag, ich kenne sie aus Final Fantasy XII. Ist okay. Ist okay. Ist eine von meinen besseren Pools, würde ich mal sagen. Weil ich sie auch kenne aus dem Zwölfer. Passt doch gut zu unserem... an Typen vor der Zunruf beraten. Ja, Ormi. Ich kann mir die Marienerszenen. Ehrlich gesagt, jetzt aber auch nicht. Ich bin gerade verwundet. 2, ah, KS 10, 2, sogar. Kann ich mir sogar nicht mehr machen. Einmal so sagen, 10, 2 habe ich nur einmal durchgespielt. Ich glaube, ich. Das ist wahrscheinlich auch erst öfter. Und das ist ein 1er öfter, weil ich sage, Ormi. Wie. Ist das das Gesicht oder? Oder das? Hm. Schätze, die finde ich. Und? Nein, meine Aussprache. Ah, was war dahinter? Ah, ich habe einen Hexer vergessen. Oh, Goldbeiß. Das habe ich vergessen. Das könnte meine Rüstung sein, deiner. Mhm. Die ist schon schreckt. Schön schwarz und böse. Die, 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 das könnte meine sein. Eifried noch mal. Leviathan, auch nein. Leviathan. Auch nein. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Schön. Ein Ninja. Ne, Klasse. Viele Klassen hier drin, ne? Und viele von diesen Kristalltypen, wollte ich gerade sagen. Ja, nimmst du denn zwei gezogen? Ja, nimmst du denn? Ja, nimmst du denn? Ja, nimmst du denn? Also, drei ist schon, ne? Ui, der Dunkelritter. Ja. Alter, alter. Schön, schön. Oh, meinst du die Glatze. No, Mann. Aber in Holo. Sagen wir mal. Ist die, die war nicht Holo, ne? Ja. Ich habe sie drei in meinem Holo und nicht in Holo. Seht ihr das? Linksbeeren hat es. Ui. Es könnte auch gerne Juno sein. Aber hey, Vanille, sehr schön. Holo, nicht Holo. Oh, das ist cool. Da freue ich mich sogar wirklich. Ja. Die kommen beide hin. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Und mich noch mal. Hallo. Auch sehr knuffig und klein. Nochmal der gleiche. Und... Egos. Keine Ahnung. Aber bisher, es geht. Also von den Rare Pools muss ich sagen, es geht. Aber wir haben noch keinen letzten gezeigt. Gezogen. Was ist hier los? Und ich habe es nicht gesehen, weil ich nicht alle Zeichen gelesen habe. Hm? Ja. Ich sagte nochmal der Bade. Der Bade verfolgt mich gerade irgendwie. Ein Kristall. Uh, Astrologen gibt es auch. Wie viele Klassen gibt es denn? 37 oder was? Nein, 38. Wie viele? Recht viele. Die Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ich glaube, es sehen nur noch zwei. Aber die sind auch cool. Irgendwie sind die cool. Die ist cool. Ja, das ist die Hauptklasse meiner Freundin. Die sind sehr gerne. Das ist eine Heilerin. Ja, der Hut ist auch... Ich finde es ein Riesenhut geil. Das Ding hier... Oh, ich finde ich cool. Ah, ist eine schöne Klasse. Lachen das Smiley? Nee, ich sehe das auch. Aber ich sehe das auch. Ich kann nicht alles irgendwo aufbewahren. Nein, ich sehe das natürlich. Oh, mir nochmal Ballon. Gieß und und und. Äch. Ich kann ja auch nicht. Ne. Auch nicht. Alles finde ich nicht. Ne. Aber cool. Wenn man es kennt, ne? Nein, der letzte Booster. Kann man noch den Legend rausziehen? Ich hoffe ja. Ich will noch eine Legend ziehen. Ich gehe ja nicht aus der Legend. Außer wir haben kein Booster mehr. Okay. Letzte Booster. Keifer. Young. Schnauzbart, Bruder. Gutes Zeichen. Der Ninja. Nochmal Lightning. Rosa. Alias Possessi Peach. Vor allem Rosa passt auch so gut dazu. Der Wikinger. Der Ninja. Komm, baby, komm, baby, komm, baby. Uh, auch schön wie eine Hero Karte. Eine sehr schöne finde ich. Nice, nice. Nehme ich mit. Da mir da, uh, Winzer, da noch mehr an Hero. Wahrscheinlich, ne, wer halt, aber. Ja, gut, sehr gut, nehmen wir auch mit. Läuft, läuft, Nero. Hey, warum ziehen wir jetzt die ganzen Charaktere? Plötzlich. Was ist die noch? Letzte Booster, Gott, nochmal. Aber leider sind es nicht. Gut, das war einfach. Es hat mehrere Reels gezogen. Was? Da haben wir gerade drei Reels gezogen. Hä? Oh. Rare? Okay, das ist aber eine komische Aufstellung. Rare. Haben wir einen Aero Booster? Was? Drei Rares? Und dahinter noch eine Rare vielleicht? Nö, eine Hero. Oh. Aber kein ist auch schön. Rare. Das ist auch ein geiles Arte. Also wie gesagt, wenn sie die Hintergründe immer so machen würden, ne? Also nicht so weiß wie hier. Sondern eher immer so, ne? Würde ich mehr fühlen als Kartenspiel. Ja, finde ich aber auch. Weil es macht die Karten halt lebendiger, ne? Ja. Weil so die Charaktere oder Figuren halt immer so ein bisschen aus der Szene gerissen. Ja. Ähm, das fände ich auch immer. Irgendwie fühle ich so ein bisschen Faulheit, wenn man es nicht anmalt quasi. Weißt du mal, also bei den Charakteren ist es noch okay, wenn man das hinten nochmal hat, ne? Wenigstens irgendwas. Aber wenn einfach nichts im Hintergrund ist, naja. Na, naja. Also die hier, die Heroes, die fühle ich auf jeden Fall sehr. Leider keine Legend gezogen. Aber immerhin ein Nonno. Der war wichtig. Natürlich in jedem Pack haben wir so eine krasse Glitzer-Rare. Leckt mich am Zückerle. Das ist schon Hardcore. Extrem, ja. Außer bei ihm, ja. Also bei den... Hm, ne? Warum ist es bei dir anders? Ne, ich weiß nicht. Weil die Dunkelheit, die geht noch. Da ist es okay. Aber bei den anderen, da klitzert es dir die Augen weg. Wie bei Rainbow Rears aus Pokémon aktuell. Aber bei Vanille ging's. Ja, genau. Also auch dunkler Hintergrund, wie hier, ne? Weil kein weißer Hintergrund. Ja. Also da freue ich mich auf jeden Fall, die gezogen zu haben. Nehme mich gerne mit für die paar Cent, die wir bezahlen für die Booster. Nehme mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Freue ich mich. Und Eber, da kriegt ein Chocobo. Ja. Das ist so knuffig. Das freut mich. Und der Einer kriegt natürlich das Nonno. Da kann sie sagen, was sie will. Nonno, das passt. Nonno. Nonno. Ich finde, wir haben cool gezogen. Aus diesem Booster-Packs. Also ein bisschen ein Random-Opening wieder. Die streue ich ja immer zwischendurch ein. Wir können nicht immer nur Pokémon, Digimon, Dragon Ball öffnen, sondern ich will ja alles euch zeigen. Und da können wir Final Fantasy dazu und vieles weiteres, was ihr in letzter Zeit gesehen habt und noch sehen werdet. Auf jeden Fall, danke Eber, Eber und Einer, fürs Mitmachen. Bodo, Bodo. Sehr gerne doch. Hat er viel Spaß gemacht, mir wieder ein neues Kartenspiel zu sehen. Also für mich ein relativ neues noch. Auch wenn ständig neue Sets rauskommen. Ja, ich weiß. Also das Spiel lebt natürlich noch. Und gibt es auch auf Card Market, wie gesagt. Da könnt ihr auch die Karten einzeln kaufen, wenn ihr irgendwas unbedingt haben wollt. Wenn ihr sagt, boah, Vanille ist cool. Auf Card Market kann man die auch einzeln kaufen. Aber ja, eure Meinung auch gerne mal zu dem Kartenspiel in die Kommentare. Dianas Kanal in der Videobeschreibung fairen Link. Schaut gern vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, was auch immer wir dann öffnen werden. Haut rein. Ciao. Tschüssi. Au. Du komm corporate jetzt auf wieder. raus 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 raus. میں bed İ Memory V Stream. hints возможاب��릴게요. Du komm deriße raus 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 raus. Deshalb versuche ich dich pumps grants euch auch noch wissen. Länger,brauuuh disappears. Untertitelung des ZDF, 2020